servus leute auf meinem kanal ich wollte heute eine kleine ankündigung machen zu meinem neuen youtube channel und zwar was ich auf dem youtube channel hochladen werde sind fußball challenges ich werde fußballspiele von meinem verein zu laden und danach kommentieren whatsapp songtext pranks oder auch mal so pranks oder werden noch wie gesagt die fußball challenges werden mit meinen freunden hochladen und ja ich wollte fragen könnt ihr vielleicht mal ein abo da lassen oder ein like oder was ich verbessern kann vielleicht kommentar und ja ciao